Herzlich Willkommen bei der Kurzvorstellung unseres Projekts Learning Analytics Studierende im Fokus. Dieses Projekt hat vorrangig ein Ziel und zwar die Studierende oder den Studierenden in den Mittelpunkt aller Betrachtungen zu stellen. Wir wollen unsere Studierenden bei ihrem Lernverhalten unterstützen, indem wir von den Studierenden generierte Daten analysieren und aufbereiten, damit wir für den Lern- und Studienprozess optimal unterstützen können. Durch diese evidenzbasierte Rückmeldung sollen Studierende ihr Studium besser bewältigen können. Ein Prototyp des Plugins Learners Corner für Moodle ist bereits umgesetzt und erste Einsätze in Lehrveranstaltungen wissenschaftlich begleitet ist erfolgt. Mit den ersten Rückmeldungen überarbeiten wir nun das Plugin. Darüber hinaus sind erste Untersuchungen zum Thema Studienerfolg durchgeführt worden und Überlegungen gegen den Abbruch Erfolg. Auf Basis dieser Arbeiten werden nun Tutoring- und Mentoring-Maßnahmen entworfen. So geht bereits ein Konzept für die persönliche Studienfortschrittsberatung in die Erprobung mit Studierenden. Parallel dazu entsteht ein Kriterienkatalog zu ethischen und datenschutzrechtlichen Aspekten. Wir stehen auch in engem Austausch im Learning Analytics Cluster, wobei sich eine übergreifende Arbeitsgruppe mit Analysemodellen und Studienerfolg befasst. Wir freuen uns zu Projektende, diese Ergebnisse mit allen Hochschulen zu teilen. Schauen Sie also bitte auf unserer Webseite vorbei.